Das wissen viele nicht, also meistens fliegen Sie ja mit der Kanzlerin, wenn Sie nach China fliegen. Ab und zu, also in letzter Zeit nicht mehr so. Wie kommt das? Ich habe ja gesagt, dass die CDU zu weit nach links geschoben wurde. Und deshalb die AfD kommt, die hat mich angeschaut. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich heute nicht mehr hier. Vielen Dank.